Auf klassisches Biomethan oder synthetische Gase aus Power-to-Gas-Anlagen. Wir bündeln diese Gase bei uns in unserem Portfolio und stellen sie unseren Kunden zur Verfügung. Sei es im Kraftstoffbereich, sei es in der Industrie als Prozesswärme, sei es bei unseren Stadtwerkekunden zur Stromerzeugung oder auch im Industriebereich und Stadtwerkebereich zur grünen Wärmeerzeugung. Denn grüne Gase sind aus unserer Sicht ein Alleskönner.